Sie haben unseren Roboter ausgeschaltet. Tödliche Grazien. Hey Leute, ich bin zurück heute auf der PS4 mit Black Ops 4. Ich bin heute nur hier online, um mal reinzuschauen, was beim Schwarzmarkt Solo Neues gibt. Und deswegen, ja, schauen wir mal zusammen rein. Alter, wir machen einen Black Ops Shop hier. Die Tarnung sieht ja schon nicht schlecht aus. Gerade mit der Schlange da oben drauf. Ist natürlich immer wieder diese extrem weit hergeholte, aber naja gut. Na ja, schlecht ist sie ja nicht. Dann haben wir die Tarnung hier. Kannst nichts sagen, also sieht nicht schlecht aus. Was haben wir sonst noch? Die finde ich jetzt gar nicht schlecht. Ninja Outfit, sieht cool aus. Auf jeden Fall. Sonst ein Tanzpaket. Und dann haben wir hier auch noch nicht so schlecht. Das ist der bunte. Das sieht auch nicht schlecht aus, wenn nicht. Das haben wir hier. Achso, da hast du die ganzen Waffen drin. Da ist da sowas drin. Für ein Spektrum. Also, auf den bin ich jetzt gespannt. Den will ich mir jetzt mal ganz kurz freischalten. Auf Level 1 geht es ja da los. Schauen wir mal schon rein. Stufe brauche ich mir nicht kaufen. Geleitschutz. Eskortiert den Roboter zur feindlichen Basis. Startsequenz abgeschlossen. Roboter online. Ich hasse diesen Scheiß-Dreck, Alter. Das ist die größte Scheiße in diesem Spiel, Alter. Unser Roboter wird beschossen. Unser Roboter wurde ausgeschaltet. Unser Roboter wurde neu gestartet. Er geht raus. Die sind gesichtet. Der Feind zerstört unseren Roboter. die feinde haben unseren roboter ausgeschaltet so eine scheiß panzerfaust die mich weg umst status des roboters grün ausgeschaltet ausgeschaltet liquidiert unsere roboter ausgeschaltet startsequenz abgeschlossen roboter wird beschossen verteidigt ihn sie haben unsere roboter ausgeschaltet tödliche grazien status des roboters grün der feind zerstört unseren roboter die feinde haben unseren roboter ausgeschaltet unser roboter wurde neu gestartet unser roboter steht unter beschossen sie haben unseren roboter ausgeschaltet abgeschossen abgeschossen die zeit rennt uns hier durch die finger status des roboters grün schluss richtig schön ordentlich schluss ich habe mich nicht haakash gemacht schön vierer lauf waa waa da habe ich mein spart ausgerollt so ein waa verhindert dass der feindroboter unsere basis erreicht fahrer und feindlicher roboter online sensoren haben ziel erfasst du kleid sie drauf ihre drohne wurde zerstört und setze barrikade ein her im wir haben in das ist ihr Ihr Roboter wurde ausgeschaltet. Feindlicher Systemeingriff wurde festgestellt. Feindlicher Roboter wurde neu gestartet. Ihre Systeme wurden durch einen feindlichen Hacker infiziert. Feindlicher Roboter wurde ausgeschaltet. Feindlicher Roboter ist unterwegs. Feindlicher Roboter wurde ausgeschaltet. 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 Ihr feindliche Roboter ist unterwegs. Feindliche Roboter ausgeschaltet. Feindliche Roboter wurde neu gestartet. Lass den reinbringen, lass den reinbringen, lass den reinbringen. Lass den reinbringen, lass den reinbringen. Perfekte Planung. Perfekte Ausführung. Gute Arbeit Black Ops. Gute Arbeit Black Ops. Gute Arbeit Black Ops. Gute Arbeit Black Ops. Vielen Dank.